Hey, herzlich willkommen zurück bei Teso. Jetzt war's, quatsch, quatsch, wir wollen mal mit der Gerissen an. Meine Mannschaft ist in Sicherheit. Wurde nur ein klein wenig gefoltert. Oh, nur ein kleines bisschen. Weil das mal kein Erfolg ist. Das Foltern, ja. Viele Kapitäne, die auf dem Meer hier in der Gegend segeln, werden sich über diese Neuigkeit freuen. Sprechen wir über Gefallen. Ich schulde euch einen großen. Für meinen Geschmack ist sie etwas zu besessen vom alten Faharajad. Oh, lol! Wir können einen vom Pferd schmeißen. Tja. Oh, geil, eine neue Rüstung. Ja, direkt anziehen. Na, das sieht doch schon besser aus. Oh, toll, bei mir hängt's mitten im Kampf. Tja, was soll ich dazu sagen? Scheiße gelaufen. Äh... Ha. So, wo wolltest du jetzt hin? Was wolltest du jetzt machen? Nach Süden. Nach Süden. Was für der Quest. Oh, fuck, ey. Oh, fuck. Scheiße. Schwimmer-Teil. Mal durchschalten. Sphären-Sammler. Sphären-Sammler, okay. Oh, kacke. Ich reite hier auch einfach durch die Gegner. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und dann haben sie mich vom Mount geschmissen. Dann haben sie zur fünfte auf mich eingeprügelt und ich bin draufgegangen. Oh, mein Gott. Wer hat was dazugelernt? Naja. Komm ich hier hoch. Nein. Das ist ja... Ah, hier ist noch eine Quest. Oh, warte. Da kann ich angeln. Hier kann ich angeln. Hier war doch gerade irgendwo angeln. Da hinten. Benötigt ein Köder. Gedrücktheiten-Unkeler zu wählen. Würmer, Krabben. Nehmen wir mal Würmer. Lass mich doch mal angeln. Ich kriege eine Quest von der Tür. Ja, ist ja der Knüller. Eine Truhe. Was war das denn jetzt? Okay. So, und jetzt müssen wir wahrscheinlich warten, bis der Taucher untergeht. Oder nicht? Oder wie, oder was? Warum geht denn das nicht? Nimm mal den Krabbler. Ah, hab noch nie geangelt. Ja, der, 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 der... Der Schwimmer geht nicht unter. Was? Da passiert nix. Hm, das ist ja ein Ding. Hm. Ach, lass mich doch. Dann wird halt nicht geangelt. Wir müssten vielleicht auch mal unsere Pferde füttern. Ja. Oh, Wölfe. So, ich hab jetzt auch... Oh, noch mehr Wölfe. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Was hast du jetzt? Wo bist du? Ich bin auch am angeln. Was machst du da? Ach, da. Okay. Ey. Was ist das denn hier? Steig mal ab. Vergrabene Truhe. Den Brief und die Schaufel nehmen. Wenn ihr da... Wenn ihr das hier lest, hinter einem Schatz her. Bla 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 bla. Bla bla. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Da unten haben wir das letzte Zahnrad. Oh mein Gott. So, was machen wir jetzt? Gehen wir drüber, rüber zu den anderen beiden Schiffen hier, wa? Ich würde sagen, findet Iriana. Ja. Hier ist ein Blümchen. Hier ist Ernst. So, ja, gib her. Hier ist noch ein Rundstein. Den nehme ich dir mal mit. Wow, ich habe eine epische gekriegt. Ich habe auch sofort einen Erfolg gekriegt. Krankes Schwein. Oh ja. Oh, manchmal habe ich mit der Angst vor mir selber. Dann mach dich weg. Das geht kaputt. Jetzt habe ich auch noch rüber schwimmen, oder was? Sieh. Bäh. Wasser ist ja widerlich. Was, was? Da kommt die kleine Krabbe von hinten. So magst du es doch, oder nicht? Diese komischen Vögel, die leuchten immer so blau. Da denke ich immer, da ist irgendwas Besonderes. Dann guckst du, sitzt da noch ein Vögelchen auf dem Stein. So eine Scheiße. Na ja. So. Ich glaube, hier ist noch Erz. Ja, was heißt, ich glaube, hier ist noch Erz. Ja, man kann es ja mitnehmen. Okay. Jetzt ist es zu spät. Ninja, ey. Ein Kassier. Man kann ja später tauschen, aber ich habe auch ein bisschen Jute noch und so. Ey, cool. Blaue Rune. Oh, ich habe gerade auch eine, ich glaube, eine rückgrüne Pflanze gefunden. Alter, was? Was macht sie denn hier? So, nimm das mal alles mit hier. Seedrachenverkleidung. Damit können wir uns wieder umziehen. Hat er die jetzt angezogen? Ja. Wo rennst du hin? Ich bin hier ein Schiff, aber da muss ich gar nicht. Nee, der sitzt hier vorne. Ja, natürliches Wasser. Oh. Mhm. Nochmal natürliches Wasser. Sehr schön. Okay, hier haben wir alle. Dann sprecht mit Trainer. Genau. 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 Und man hinterher vielleicht auch so gepanzerte Pferde bekommt, so mit Rüstung und sowas. Das kann gut möglich sein. Vielleicht kann man... Oder zumindest so mit diesen Decken und Tüchern, weißt du, wie diese Ritter da... Ja. Äh. Würde schon cool aussehen. Vielleicht, vielleicht kann man die Pferde ja auch später dann richtig umziehen und anziehen und hast ja nicht gesehen. Ah, jetzt... Au. Was haben wir denn hier? Wir gehen zurück in die Stadt. Dort ist es sicherer. Wir gehen zurück in die Stadt. Wir haben maximale Ausdauer. 35 Minuten lang um 42. Nicht schlecht. Capuan Happen. Ja. Ja, mach ich auch. Da hab ich mich mal gefragt, wo sieht man den Buff, wenn du C drückst, na? Mhm. Oder hier Magikant so verteilen kannst. Da hast du unten aktive Effekte stehen. Ja. Du kannst das dann nachlesen. Okay. Überraschenderweise geht das richtig schnell. Ja, richtig. Boah, wie viel Nudelsuppe kann ich machen? Oh Gott, äh. 34 Stück. Kann man das nicht schneller machen? Boah, das geht aber fix, äh. Ich weiß nicht. Vielleicht, ne. Ja, versorgen geht echt fix. Na gut, findet man ja auch genug. Wenn man so ein bisschen in Trunensort guckt und in Fässern und so eine Kacke. Oh, braun. Was, braun? Braun. In deiner Hose? Herzhaften Wein. Ach, braun. Du meinst die Farbe braun? Nein. Doch, dachte ich. Ja. Oh, erst mal ein bisschen was zu saufen machen hier. Und jetzt noch schön. Ja, was, was? Warum kann ich kein Wein? Ich kann kein Wein mehr machen. Verdammt. Ich hab die Zutaten für irgendeine andere Kacke rausgeschmissen. Lass mich doch mal gucken. Hier müssen wir das doch jetzt irgendwo... Oh, Ale kann ich ein ganzes Menge machen, ne. Oh, warte mal. Hier hab ich noch, noch ein Rezept. Nee, ich kann aber nichts mehr. Ich bin fertig. So, und wo haben wir das jetzt da? Nicht schlecht, nicht schlecht. 35 Minuten geht auch. Ah, und dass das Futter macht... Nee, maximale Leben, maximale Ausdauer. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Da kann ich von allem eins reinziehen. Ja, stapelt sich das? Ja, ich hab einmal hier Ausdauerregeneration 35 Minuten um 2. Dann Lebensregeneration 35 Minuten um 2. Dann maximale Leben 35 Minuten um 42. Und das gleiche nochmal für Ausdauer. Das heißt, ich müsste die eigentlich alle gleichzeitig nehmen können. Versuchen wir mal. Wenn nicht, dass du eins nimmst und wenn du das zweite nimmst, ist das erste wieder weg, ne? Warte mal, wo sehe ich die Effekte? C. C. Unten. Ausdauerregeneration. So, das hab ich jetzt drin. Aha. Versuchen wir das mal? Haus dir rein, Bursche. Nochmal C. Nee, das stapelt sich nicht. Du kannst nur eins davon nehmen. Ah, siehste. Hab ich mir mal fast gedacht. Wäre auch zu ihm mal. Tja. Na komm, Trailer. Quatsch mit mir. Gute Arbeit, wie ihr Iriana und Shamal zurückgeholt habt. Ja, das zeig ich dir. Der Angriff der Seedrachen ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Iriana und ich kehren in die Stadt zurück und werden nicht eher gehen. Wir müssen gehen, Iriana. Hier ist es nicht sicher. Genau, haut ab. Also gut, ihr störe Sharnal. Magrub und Ottbuk. Ihr behaltet Shamal im Auge. In Ordnung, Iriana. Keine Angst. Das nächste Mal sind wir auf sie vorbereitet. Oh, ein Becher, den nehme ich mit. Noch ein Becher. Oh, ganz viele Tassen und noch ein Becher. Oh, da können wir anständig saufen. Tassen und Becher habe ich genug. So, was machen wir jetzt? Ähm, vergrabene Geheimnisse. Hm, warte. Vergrabene... Habe ich nicht. Doch, da. Doch, müsste die von Neramo gerade gewesen sein. Ja, habe ich. Ach, das sind die beiden, die beiden Fokuskristalle, okay. Irgendwas habe ich entdeckt. Ist auf jeden Fall schon mal cool, dass man hier wirklich mit dem Pferd vernünftig springen kann. Wie sollte man da nicht vernünftig springen können? Ja, halt... Es gibt schon manche Spiele, wo das mit Pferden nicht so gut umgesetzt ist. So, ersten haben wir schon mal. Oh, was haben wir hier? Einmal einsammeln. Ich müsste vielleicht auch mal an so einen Alchemie-Tisch. Das wäre, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt, dass ich mal so... Oh, mein Gott, was ist denn? Blödes Vieh. Hier, Wölfe kaputt machen für Leder oder was? Können wir. Der hat nichts fallen lassen. Ey, cool, guck mal, die Exi auf dem Stein. Ah, wie cool. Tut mir leid. Ah! Vielleicht war das ein Agonia von uns. Verdammt. Aber ole, wir wären ja ein Gegner für uns. So, wir mal rein. Oh, das ist doch eine deiner geliebten Ruinen. Hä? Ach, du... Thema oder was? Ja. Oh, geil. Wolltest du nicht? Oh, 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 oh. Gib mir das. Was war das? Irgendeine... Äh... Irgendeine Pflanze. Wir lassen auch nicht immer was fallen, die Schweinehunde. Also, ich hab jetzt von denen zweimal so Lederdinger gekriegt. Okay. Aber ich hab immer so Fetzen gekriegt. Alles nehmen. Und jetzt Aufi. Wie war das denn der weg? Ach, wir müssen sowieso hier rein. Geil. Oh, ne Schweinehöhle. Ich freu mich. Geil. Wenn ich diese mechanischen Dinger schon sehe, ne? Ich habe die Spinne wieder zusammengebaut. Famos. Famos. Der kein Homo ist, äh. Büchreigal. Es funktioniert. Natürlich war mir das schon vorher klar. Es funktioniert. Natürlich war mir das schon vorher klar. Ab in den Tunnel mit euch. Öffnet diese Tür. Ja, mach auf hier. Los, komm, mach auf. Ja, den Namen sprich mal aus. Zack, oder was? Tee, ich hab keine Ahnung. Ey, cool, hab ich richtig gesagt? Hast du gehört? Ja, dann mach doll die Schwest. Hör auf hier. Ja, hab ich ja gemacht, ey. Mein Gott, ey. Alles muss man selber machen. Verdammte Scheiße, hier geht's morgen weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut. Ciao. Ja, dann sch apl אם du seen. Ja, ich hab mir das mal nach媽 hier on. fortan move. Ja, ich bin mir helfen. Okay, ich parang. weiter der справ